Was geht ab Freunde Sascha von Skillgaming TV's Video und herzlich willkommen zum zweiten Part unseres Pack Openings und im ersten Part haben wir leider nichts für Diskussionen, kann man so sagen unser bester Spieler war Danny leider kein Cristiano in Form oder Rakitic in Form oder Rodriguez in Form aber wir haben ja noch 1500 FIFA Points, das sind 10 Packs, unizieren wir jetzt alle nacheinander und hoffen natürlich auf einen guten Spieler jetzt mal der etwas wert ist und ja wir fangen einfach mal an gleich, ich nehme das hier natürlich am Stück auf weil 4.15 einfach raus und muss man jetzt sucht, nächstes Pack, Share ist drin, ja gute Werte aber in der falschen Liga würde ich mal sagen, aber wir stellen ihn trotzdem mal rauf ich denke mal ist nix wert, wie die anderen Spiele die wir aufgezogen haben die wollte ich eigentlich nicht speichern, aber naja was soll's machst du nix mal wieder Erfüllte Verträge und Fitnesskarten, die haben wir gleich am Anfang wieder genug, brauchen wir keine kaufen oh man jetzt nee das ist natürlich wieder, ist aber gleich wieder vorbei denke ich mal im letzten Video war das ja viel schlimmer, da war ich auch schon ein bisschen genervt davon aber machst du nix, wir machen weiter, wieder ist Messi drauf, wollen wir überspringen, ich glaube wir überspringen jetzt mal Geiler Spieler hab ich noch nie gehört, Ruiter von Wainverein Utrecht ah ok, alles klar weißt du auch Bescheid jetzt komm schnell mal alles speichern hier und nee, die Spieler sind nicht wert oder, nee komm alles ablegen nächstes Pack komm wir machen jetzt mal was, wir gehen mal aufs Ultimate Team raus und gehen dann wieder gleich, wieder neu rein und das bringt nämlich Glück, ich sag's euch hab ich noch nie gemacht, aber ja wer weiß es schon jetzt dauert es natürlich ein bisschen länger oder doch nicht das dauert ein bisschen länger so, Shop Catalog wird aktualisiert 1.204 Points haben wir noch und das nächste Pack steht an Howard ist auf dem Cover und drin ist Scheiße ist das räudig oh ja, das wollte ich natürlich auch nicht machen Ungarn Powerhouse Mann, 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 Mann was ist das für ein cooles Wappen Eek Keine guten Spieler überhaupt nichts So, ablegen Shop Catalog wird aktualisiert Grießmann ist drauf von Atlético Madrid Boah, leckt mich doch am Arsch, Mann Bomben Spieler ziehen wir heute mal wieder Bomben Spieler ziehen wir heute mal wieder Wenn wir den jetzt aufziehen hätte ich eigentlich nichts dagegen aber ich glaube, ich fahr da im Moment was gegen dass wir einen guten Spieler ziehen Frank Lampard ja Legende, aber leider auch nichts wert genauso wie der andere Spieler da Grofkav keine Ahnung wie man auch spricht Verträge schnell mal wieder speichern und wir ziehen hier eine Positionskarte nach der anderen sind so wenig auf dem Markt oder warum müssen wir die alle ziehen Mann, Mann, Mann Na komm Abstoßen 57 4 points haben wir noch Es muss nur in diesen einen der letzten Packs noch ein guter Spieler drin sein Nein Nö Ist nicht Pelé Wir haben Pelé gezogen auf der PS4 Das muss mir jemand nachmachen doch Gibt es nicht Oh Mann Komm, das aktivieren wir mal Außer das Trick von Paris Saint Germain Nee, komm Können wir mal speichern Ich glaube ich was werden aber naja Pelé Stoßen wir natürlich ab So wie KSI 600 haben wir noch 4 Packs 4 Packs in denen wir scheiße Der Aufreißer ein Trophäer Yo Yo natürlich Der Aufreißer hat natürlich ein richtig gutes Packs gezogen Ich dachte jetzt kommen in Form aber nein Ist nicht Ach Ich Das kann doch nicht sein Kriegt man da so eine Kack Trophäe Denkt ihr kommt ein geiler Spieler Und ist ein Spieler der nichts wert ist Ja komm Das aktivieren wir mal aus Liverpool warten Haben wir im Moment noch keins Ja komm Rest können wir abstoßen Alter Da geht mein Pro ist aber richtig mal hoch Ich dachte in Form oder so ein richtiger Spieler Nö Also mehr verarschen kann man mich echt nicht außer dass wir jetzt vielleicht einen Spieler zieht der gestern noch in Form war oder vorgestern Ach Das ist doch so dumm Oh Oh 2 Packs haben wir noch Ui Und die Ausbeutung war Überhaupt nicht groß Na ja 2 Packs sind noch dran Da kann ein guter Spieler drin sein Kann Aber Na ja Ich Die Hoffnung habe ich noch nicht verloren Die Hoffnung stirbt zuletzt Jedenfalls Genug Verträge die man nicht kaufen muss Komm So komm David Alaba bring mir Glück Komm bitte Something Wie Letztes Pack Oh jetzt bin ich auch zurückgegangen So Komm wir machen Nuss Pack Warte so Oder so jetzt komm Nuss Pack Alles mit der Nase Loi Äh ja Eigentlich nicht Aber ich glaube ich habe die Pierke gedrückt So Und ich guck natürlich nicht hin Ich guck nicht hin Oh Geil Naja jedenfalls macht zwei seltene Spieler Oh man ey Nur Kacke gezogen Aber wirklich nur Scheiße Aber naja wir haben jedenfalls Münzen Verträger und so Das ist auch schon mal ziemlich gut umidi Können wir auch mal raus stellen Oh jetzt lädt das mal Gib Gas komm Gib Gummi da So geht da Natürlich wieder eine Positionskarte Die will natürlich jeder haben Und dann noch Die beste überhaupt Die können wir gleich abstoßen So Das war es von diesem Pack Opening Wir haben nur Scheiße gezogen Aber das ist egal Ähm Jedenfalls haben wir ein paar Münzen gemacht für Verträge Und dann haben wir auch noch ein paar Objekte gezogen Die schon was wert sind aber halt keinen geilen Spieler Aber was soll zu machen Jedenfalls haben wir Leo und Messi im Team für 5 Spiele Äh Ja ich würde mich trotzdem über eine positive Bewertung freuen Und haut rein bis zum nächsten Video Ich werde natürlich auch Serienschatten für 5 Spiele Wenn ich mir was ausdecken Ja bis zum nächsten Video Haut rein und Ciao